herzlichen glückwunsch an alle leute heute gewurzelt haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und ich habe hier meinen hangar neu aufgebaut weil ich hatte mit den einen die quest letzte woche fertig gehabt mit ihnen war es mit dieses suchaketen mit dem simschot jetzt hat er was hat denn da jetzt wie eine polzkanon hat er jetzt und er dieses beans jetzt eine gauss riffler mensch hätte die beans er hat die rpg hat gar keiner mehr das ist der strahlten malens und das ist die rocket mold genau und dann habe ich noch auch einen neuen mesh gekauft der war am wochenende in angebot das ist der der hier klatsch wie ist der gatecrusher genau der war ein angebot für 2 euro 50 habe ich mir den halt gekauft aber ich möchte die hier weiter spielen ich möchte meine folge weitermachen gut damit ich sagen es geht los mit der ersten runde wettbewerb ffa sind diese guten ffa na ich probier's aus ok die erste runde ffa geht los zwei spieler dabei der wollte zu mir und dann hat sie abgeschossen die erste runde skl Ah, war nicht mein Kill, so ein Mist. Ok, haben wir den auch geholt, da, die kommen hier runter. Ok, haben wir den auch schon mal. Ah, Mensch, Free Fire und krieg die Nachricht. Ich dachte, ich hab das ausgeschaltet. Oh, da kommt einer runter, schnell hinlaufen. Weiter Platz. Nein, das ist doch schon mal gut. Jetzt möchte ich aber den anderen nehmen. Kann ja nicht nur die ganze Zeit mit denen hier spielen. Äh, das geht ja nicht. Ich möchte die anderen auch irgendwie noch weiterentwickeln. Mit der Folge. Und, wie sieht das Ergebnis aus? Schon mal drei Queste fertig. Schön. Neun Killz, 327 Punkte. Warum hat er so viel gekriegt? Hm. Egal. Dann geht's weiter mit der zweite Runde. Viel Spaß. Es geht los, die zweite Runde. Hier. Wieder. Ich glaub ein paar. Wir nehmen die nächsten. Ein paar Spiele dabei. Üh. Gitarren. Let's get things started. Hmm. Üuh. Oh? Das ist der Ukraine. Warum hat der mich gekillt? Ha! Ich glaube, ich muss gleich doch wieder mein Ei nehmen. Ah! Was sagt man dazu? Ah, darum ging ich pfeffert. Mensch! Sch! So, I missed it. Ja, ich hab einen Kill. Mit meiner Artillerie sag ich mal dazu, ne? Was? Jetzt bist du dran. Jawoll, zweiter Kill. Was ist das? Was ist das? Ja. Hey grad. Schauen wir mal an, was beim Ergebnis steht. Welcher Platz ich habe. Nur mal rufen. Nicht schlecht. Aber leider zu schlecht. Okay, weiter geht's. Mit der nächste Runde. Jetzt geht's los. Aber viel Spaß. Okay, und jetzt machen wir richtig Karacho. Oh, scheiß was wir nur. Wahrscheinlich haben wir nur Bots, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwei Spieler dabei. Auf jeden Fall. Okay. 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 Da holen wir die Sache. Für K. Ein bisschen nachladen. Und wieder hinlaufen. Oh, ich bin das führende. Laden. Okay. Weiter geht's. Ach. Geht nichts. Ach, schlommert. Ach. Ach, schlommert. Ach, schlommert. Was sah cool aus. Nachladen. Und. Klaas. 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 Und. Klaas. Das ist ja echt. Ich sehe nix. Sieht schon mal gut aus. Schnell verstecken. Meine Fährlage ist gerade gebrochen. Aua. Ok. Schnell wieder nachladen. Verstecken und da kommt schon wieder nix. Zehn. Godlike. 3, 2, 1. Ah. Wer jetzt nix gesprungen hätte ich den auch gehabt. Schön. Jetzt gehts los. Gut. Das war die dritte Runde. Das wars dann auch schon für heute. Ui. Gold. Das ist ne goldige Runde gewesen. Schön. Gut. Dann würde ich mal so. Das wars für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn da beim nächsten Mal wieder sein. Bis dahin wünsche ich euch. Viel Spaß. Ja. 545. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann! Tschüss. 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 Vielen Dank.